In diesem Video geht es darum, wie Du ein Handout als Quiz gestaltest, damit es nicht so langweilig ist. Und zwar zum Thema Planet Neptun. Ein Handout ist auch eine Tischvorlage oder ein Handzettel für Dein nächstes Referat oder Deinen nächsten Vortrag. Wofür brauchst Du ein Handout? Du brauchst es für Deine Zuhörerinnen. Ein Handout ist eine kurze Zusammenfassung Deines Vortrages. Es enthält die wichtigsten Informationen, damit Deine Zuhörerinnen den Inhalt zu Hause nachvollziehen können. Und darauf musst Du besonders achten. Wenn Du das nicht machst, ist Dein Handout nicht vollständig. Schreibe kurz und übersichtlich. Und ein Handout hat nur eine Seite. Das darf nicht zu lang sein. Verteile es am besten nach Deinem Vortrag, damit auch alle zuhören. Es sollte die wichtigsten Fakten enthalten und Deinen Namen, das Datum, Deine Klasse, eventuell die Schule und den Namen der Lehrkraft. Ein Handout ist langweilig? Nicht immer. Ich zeige Dir, wie es auch interessanter geht. Überrasche Deine Zuhörerinnen mit einem kreativen, abwechslungsreichen und interaktiven Handout. Gestalte es zum Beispiel in Form eines Quiz, ergänze ein Rätsel oder ein Gewinnspiel oder kombiniere es mit einer Aufgabe. Wie wäre es mit einer Challenge? So kann ein Handout auch aussehen. Und zwar zum Thema Neptun. Alles über den Planeten Neptun. Ich habe ja etwas vorbereitet als Quiz. Außer den Informationen über Namen und Klasse und Datum sind nur Fragen auf diesem Handout. Wo im Sonnensystem liegt Neptun und woraus besteht seine Atmosphäre? Insgesamt sind es zwölf Fragen und es gibt zwölf Punkte, wenn alle richtig beantwortet sind. Deshalb lass die Fragen am Ende Deines Vortrags auf jeden Fall beantworten und löse sie auch auf. Dieses Handout könnte auch eine Hausaufgabe sein, oder? Das kannst Du mit Deinem Lehrer oder Deiner Lehrerin absprechen. Zusammenfassung Handout Schreibe immer Deinen Namen, Datum und Klasse darauf, egal wie kreativ Du es gestaltest. Vergiss das Thema als Überschrift nicht. Mach ein Handout nicht länger als eine Seite. Und die wichtigsten Informationen zum Thema gehören unbedingt darauf, entweder so als Fakten oder eben in Form eines Quiz. Ein übersichtliches Handout ergänzt Deinen Vortrag oder Dein Referat und verbessert Deine Note. Probiere es einfach mal aus. Ich bin Uta von Lernförderung und ich freue mich, wenn Dir mein Video gefällt und wenn Du Dir noch andere Videos von diesem Kanal Lernförderung anschaust. Viel Spaß beim Lernen!